Nach wie vor erleben viele Kinder Gewalt. Und zwar meistens dort, wenn sie sich zu Hause fühlen. Sich in einem Konflikt richtig zu verhalten, ist für niemanden einfach. Darum gibt es jetzt mehr die Remo. Mit meinen zwei Gesichtern zeige ich dir das Gefühl des Kindes und signalisiere den Eltern, wenn es Zeit wird, sich zu beruhigen. Und zwar bevor es eskaliert. Du kannst mich zu einem Kinderschutz.ch abstellen. Es gibt immer eine Alternative zu Quoten.